So, dann schaue ich einfach mal. Wo ist denn hier wer? Die britischen Offiziere hätten den Mandenführer finden und töten, die Flagge der Bande streichen. Und beides ist da hinten irgendwo. Das heißt, wenn ich hier vorne irgendwas mache, dann interessiert das jetzt da hinten erstmal keine Sau. Das ist gut. Ich finde die Musik gerade übelst geil. So, wie ich höre, gibt es hier irgendwo einen Schleicher. Und ich wette, der hockt hier doch im Gebüsch. Oder auch nicht. Dann hockt er halt nicht. Oder doch? Was macht denn der da? Egal. Der hat erstmal nichts dabei. Okay. Moment. Wo ist dieser Schleicher? Hm. Wo mag er nur sein? Okay. So spontan ins Gebüsch schießen kann ich nicht. Da sitzt er. Da sitzt er. Hm. Kann ich ihn plündern? Ja. Geil. Geil. So. Weiter. Oh, warte mal. Den muss ich retten. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr seid ein Held. Ach so. Hier kann ich noch nicht. So. Moment. Dann renne ich hier. Wenn ich jetzt. Moment. Wenn ich da jetzt langkomme. Dann renne ich hier gleich nochmal lang. Hier oben. So. Moment. Womit mache ich das dann? Mit. Berserker-Munition. Der ist zu weit weg. Verdammt. So. Jetzt aber. Und ich bin weg. Na komm. Wo ist denn der Scheiß? Da ist der Scheiß. Hier kann ich wahlweise nochmal nachladen. Nimmt der Typ überhaupt Leute aufs Korn? Oder? Oh shit. Ach. Das ist der Typ. Na toll. Dabei habe ich mich quasi selbst abgeschossen. Aber der hat eigentlich noch ein Gewehr. Was irgendwie beladen ist. Na komm schon. Okay. Moment. So. Hier komme ich hoch. Da komme ich hoch. Perfekt. Alter. Ich. Hier schon wieder so gegen. Das gibt es doch nicht. Was? So. Bei dem könnte ich das eigentlich ganz gut machen. So. So. Der Typ macht jetzt erstmal ein paar Leute für mich fertig. Was rauscht denn hier so komisch? Regnet es gerade? Oh ja. Es regnet gerade. Warum sich den Regen nicht? Okay. Der Typ hat den Lösch abgegeben. So. In der Richtung irgendwo klebt der Assassinen-Typ. Aha. Da ist er ja. Na komm. Wo ist er? Du denkst wirklich, dass wir dich nicht aufhören können? Ah. Mann. Das war ja aber auch gerade so. Geil. Dann haben wir das Versteck auch noch. Ja. So. Einkünft gesteigert. Alter. 3000. Niceer Scheiß. Niceer Scheiß. So. Warte mal. Aber hier war doch irgendwo noch was. Wirtschaftszone. Ach. Jetzt haben wir hier fette Wirtschaftszone. Auch das noch. Warte mal. Aber hier war doch noch irgendwo irgendwas. Wahlweise hier in der Gegend. Da hinten ist noch eine Kiste. Gott. Wo bin ich denn eben langgekraxelt? Warte mal. Hier. Das müsste eigentlich ein bisschen weiter gewesen sein. Irgendwie hier. Da habe ich doch eben noch so ein Ding ins Kiste. gesehen. So ein Artefakt. Oh verdammt. Ich finde es nicht wieder. Ich fürchte fast. Ich finde es nicht wieder. Ich glaube ich bin auch dezent zu laut gerade irgendwie. Hier war ich glaube ich so überhaupt nicht. Na gut. Was soll's. Ich werde mich dann jetzt erstmal ein bisschen noch um die Morrigan kümmern. Das heißt. Jetzt erstmal fett noch das Schiff ausrüsten. Nachrüsten. Aufrüsten. Ja. Ich glaube mir ist es gerade das erste Mal. dass wir überhaupt mit den Briten verbündet sind. So halbwegs. So. Okay. Was ist das denn hier? Warum ist das denn so ein bisschen ein Sperrgebiet? Warum ist für euch Flachpfeifen denn das hier wieder schön ein Sperrgebiet? Huch. Huch. Ach du Scheiße. Ah nein. Ich wollte eigentlich den ja. Na egal. Okay. Okay. Alter. So. So. So ein bisschen Munition. Ein bisschen hiervon. Hier ist irgendwo noch eine Kiste. Ach da. Da ist sie ja. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Auch schön. So. Und gleich nochmal ordentlich. Money erhalten. So. Was ist das denn da vorne? Ist das so ein Gebäude was wir renovieren können? So. Möchte ich es denn für. 10 Holz. 30 Stein. Und 20 Stoff. Renovieren. Möchte ich. Ach das ist ein Hotel. Geld. So. Einfunkfunkfunkfunkkontrollieren. Bzw. Sammeln auf Bank an. Holen sie das Geld sofort ab. Damit da zu strömt. Ja. Okay. Einkaufsgeschäft da auf. 1470. Ist doch wunderschön. So. Aber jetzt möchte ich noch gerne nochmal. Moment. Wo ist denn hier? Sieht man das zufällig auf der Karte. Wo hier der nächste Store ist? Da. Ach direkt vorm Schiff. Okay. Das heißt dann jetzt einfach Richtung Schiff laufen. Und dann sind wir auch schon. bei der Hafenmeisterei. Und das heißt dann. Ja. Dass wir halt bei der Hafenmeisterei sind. So. Huch. Was sind das hier? Ja. 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 Ey ich seh dich. Ha. Die haben ja Munition. Wie geil. Oh shit. Oh shit. Ich bin hier weg. Das Weg. Was? Auch Bomben. Die finden mich nicht. Ähm. Und das nur mit den Händen. Moment. Ich geh mal wieder auf Schwert hauen so. So. Sehr schön. Also jetzt nochmal schnell zur Hafenmeisterei. Und dann. Ja. Ich hätt gern mein Schiff ein bisschen aufgerüstet. Morrigan Verbesserung. So erstmal wieder den hier machen. Ach du Scheiße. Okay. Laderaum für Harpun. Harpun. Stärktes Beiboot. Ähm. Mannschaftsquartiere. Frachtraum. Warum können wir die hier eigentlich nicht nehmen? Da fehlt das nötige Metall für oder wie? Ich muss mal grad gucken. Rumpfpanzerung. Was fehlt uns denn da? Da fehlen 40 Bretter. Und ein ganzer Arsch voll Eisen. Okay. Und was wär das hier eigentlich? Das wär Puckelgewehrtrommel. Stauraum für Öl. Frachtraum. Mannschaftsquartiere. Was ist Frachtraum? Das könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Was sind Mannschaftsquartiere? Okay. Exzellente Mannschaftsquartiere. Ah. Frachtraum oder Mannschaftsquartiere? Moment. Kurz jucken. Ja, kurz kratzen. Was ist das da oben eigentlich? Mache ich erstmal Mannschaftsquartiere? Oder einen Frachtraum? Ich glaube, ich mache erstmal einen Frachtraum. So. Lagerraum auf 2000 Einheiten. Ja, ist ja schön. So, und dann kann ich... Mannschaftsquartiere fehlt mir Holz. Und zwar 70 Holz. Ich guck mal gerade, vielleicht kann ich das ja kaufen. Obwohl. Ne, kann ich nicht. Okay. Äh, Mörsergeschosse könnte ich eigentlich auch mal kaufen. Einmal bitte voll machen. Für 500. Den nehmen wir mit. Achso, Moment. Und dann war da noch irgendwas? Hier, schwere Kugeln. Ja, komm, hier, für 400 nehmen wir auch gleich nochmal mit. Okay. So. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein paar Schiffe auseinander. Dann würde ich nämlich noch die Rumpfpanzerung... Alter, ich... Ich... Nein, nein, ich weiß nicht so... Ich poppe hier die ganze Zeit gegen. Das ist schrecklich. Ich muss mich mal ein bisschen weiter nach hinten setzen. So, gut. Ha, ha! Ha! Ha!